Die Vampir-Schwestern Dacaya und Sylvania sind zurück. Boi, boi, boi! Und mit ihnen alte Bekannte. Diesmal haben sie keine Chance. Und neue Freundschaften. Das tut nicht weh. Das ist ja sowas von overvampiro-laktisch super mega geil. Kräft und Krax spielen in Bad Church Club. Da müssen wir hin. Nein. Weißt du, wer der neue Manager von Kräft und Krax ist? Dieter Bohlen? Es ist Xanthor. Der Xanthor. Ich lass mir das nicht verbieten. Wie heißt du? Dacca. Dacca. Dacca-Ria gehört mir. Die perfekte Vampir-Dienerin. Diesen Herbst dreht sich alles um große Gefühle. Er hat ein Lied für mich geschrieben. Was? Und jetzt ist Dacca verliebt. Das war nicht ich, das war Karl-Heinz. Ich fürchte, irgendwas ist faul. Etwas mit dieser Band vielleicht. So unheimliche Typen. Uuuuuh. Der Modo ist total süß. Der ist nicht unheimlich. Findest du diesen Modo jetzt auch so toll, oder was? Dacca ist den Modo verknallt. Und jede Menge vampiro-laktischer Abenteuer. Dacca! Los und Modo für die nächsten tausend Jahre. Lass mich los. Was machen wir jetzt? Uuuuh. Uuuuh. Ich habe die Situation voll unter Kontrolle. Nach den Bestsellern von Franziska Gehm. Der liebt den einen Vampir. Die Vampir-Schwestern 2. Fledermäuse im Bauch. Was haben Sie denn angestellt? Das blutet ja. Ich habe bloß... Die Blutwerte sind soweit okay, aber der Cholesterin ist zu hoch, hm? Ab 16. Oktober im Kino.